Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma Dark Arisen. So, wir sind auf dem Weg in die Festung hier rein. Die nördliche Festung des Herzogs oder auch alias der Sturmklippenturm. Hier ist es immer windig. So, schauen wir doch gerade mal kurz, was wir hier vielleicht haben. Ihr, der, ne, wenn überhaupt irgendwas, ein Vasallenstein oder sowas. Ah, was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ist hier eine Tür? Das hast du sehr gut erkannt, Alcapsarine. Vielen Dank. So, habt ihr hier irgendwie irgendetwas Interessantes? Nö, okay. Gehen wir mal noch da hoch. Ich hätte gedacht, das ist jetzt so die Mega-Festung mit Vollhändler und alle möglichen Zack, 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 wo du Sachen verkaufen kannst. Und Vasallensteine und sowas. Das ist doch wohl die Verarsche hier, das Ding. Vielleicht gibt es da drin hier noch irgendwo irgendwas. Und man findet hier irgendwo in den Ecken der Festung irgendwie irgendwelche Sachen. Klippert da jemand auf seiner Geige, äh, auf seiner Gitarre rum, oder? Naja, gut, okay, ähm... Geht. So, schauen wir mal, ähm... Vielleicht kommen wir hier unten irgendwie mal wieder... Ich glaube, meine Vasallen sind besoffen. Keine Ahnung, was die machen. Auf jeden Fall machen sie nicht das, was sie tun sollten. Ich meine, das ist nicht normal, oder? Die andere steht einfach mal komplett woanders. Na gut, okay, und dann... Die haben wir da geparkt. So, hier ist eine Kiste. Hm, zwei Kisten. Ah, schon wieder so ein Banner. Vitalitätsextrakt. Extraktore. Gut, dann, ähm, haben wir eigentlich hier schon mal, ne, alles soweit erkundet. Glaube ich. Ich weiß... Ich weiß jetzt nicht, aber auf der Karte stand doch... Karte... Ach, das ist ganz da oben. Der Hüdenhügel ist ganz da oben. Okay, dann, äh, habe ich mich wohl geirrt, ne? Dann war ich ein bisschen zu weit nördlich jetzt gerade. Ja. Ich würde aber doch gerne, ähm, vielleicht... einen Basallenstein oder sowas, ne? Habt ihr hier nicht... Ihr habt gar nichts hier. Ach, das ist doch so schrecklich. Kommt jetzt, kommt jetzt her. So, Cheryl und Ludwig sind wieder da. Alcab Serino kommt auch angelaufen. Gut. Hm... Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Da ist eine Leiter gewesen. Ah ja, okay. So, wir müssen natürlich gucken, dass wir vielleicht noch einen Schattenwolf finden. So, hier auf dem Weg vielleicht. Oder eine... Oder ein paar Schlieharpien. Das sind ja mehrere, die wir brauchen. Hier sind noch ein paar Pflanzen. Sonnenglanz. 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 Oh, das ist so schrecklich, wenn die einfach loslaufen. Also, dann sind die kurz am Ende von einem Quest und laufen einfach dahin. Kennen da nichts. Da ist übrigens noch ein Zyklop oder sowas gewesen. Leute, hallo. Da ist ein Zyklop gewesen. Warum machen wir den nicht? So. Jetzt machen wir mal so, ne? Werden wir nicht schaffen. Alter. Was geht denn mit dem Typen ab? Oh, ist ein großer. Haben aber auch schon der Dings geschafft. Näh. Näh. Wer hat den Dings hier aktiviert? Wer hat den Hinterhalt-Quest aktiviert? Muss auf den Kopf schießen. Ich schieße die ganze Zeit auf den Kopf. Der Kerl ist aber auch. So. Oh. Cheryl. Cheryl. Gib nicht auf. Jetzt. Gib jetzt nicht auf. Farrell. Fällt der mal auch um oder so? Oder hat der vor, jetzt hier stehen zu bleiben? Alter, das ist mega gut hier. Die Fertigkeiten. Mega geil. Komm. Zeig dich. Zeig den hübschen Kopf. Okay, jetzt habe ich kein Dings mehr. Ich mache das hier alleine? Ihr macht gar nichts mehr. Ich habe mich nämlich schon gefragt. Alter, was geht bei euch ab? So, jetzt aber. Er ist tot. Gut. Sharon und Ludwig rennen jetzt einfach wieder vor. Die haben sich gedacht, ah gut, okay, na gut. Dann kommen wir einmal zurück, aber wir gehen dann direkt weiter. So, ich weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwas Wichtiges war. Ich denke nicht. Gut, dann gehen wir jetzt eben weiter. War schön. Hat mir gefallen. Jetzt ist aber schon wieder Nacht geworden, ne? Jetzt sind wir schon wieder ein Tag komplett unterwegs. Genau. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja, da gab es so, hallo YouTuber. Ja, der hat sich aber auch nicht gehen lassen, ne? Ha! Ah, okay, ich verstehe. All right. Berichtet von euren Erkenntnissen. Okay, dann lasse ich dich in deinen Fernsehsteinsessel einfach mal drin sitzen. Schauen wir gerade mal kurz, was es hier unten noch gibt. Ein Reisestein. Hm. Cool. Ein Liederhaarreif. Reisesteine. Ein Zielkristall. Nein, 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 Moment mal. Ich kann doch die Zielkristalle, kann ich doch da hinstellen, ne? Kann ich den da hinstellen? Jetzt habe ich ja kein Dings mehr, aber ich habe doch den ewigen Reisestein. Kann ich, ah ne, ich kann mich nur in die Städte portieren lassen, teleportieren lassen. Na komm, dann machen wir hier mal nochmal den Zielkristall hin. Dann liegt er jetzt hier, ne? Oder ist er jetzt komplett weg? Habe ich den jetzt komplett weggeschmissen? Ich glaube, ich habe den komplett weggeschmissen. Ah, Kapsulator, du bist ein so, du bist ein so großer Idiot. Du bist ein Idiot. Mann, du Idiot. Ja, aber wenn ich jetzt den Reisestein benutze, dann kann ich nirgends mehr. Ich habe tatsächlich weggegeben. Wer kann denn auch wissen, dass wegwerfen komplett zerstören heißt? Oh, Mann. Wegwerfen heißt so nicht gleich zerstören. Wegwerfen heißt, ich lege es auf den Boden und gehe davon weg. Du brauchst nicht mehr. Ja. Wahrscheinlich hätte ich benutzen drücken müssen, um dann wirklich zu... Oder möchten sie wirklich diesen Reisestein-Kristall hier hinlegen? Seht sie sich wirklich sicher? Seht sie sich absolut sicher? Es gibt keinen Weg zurück. Dann drückst du halt auf Wegwerfen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ach Gott. Naja, egal. So, jetzt quatschen wir noch mit dem Typen, ne? Und, ähm... Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Na ja. Gut, wir haben das jetzt schon geschafft, ne? Das ist ja der zweite Lindwurm-Jagd-Quest, den wir jetzt gemacht haben. Gut. Gut, gut, gut. Gut. Gut, gut, gut. Die Oberstadt. Sir Maximilian. Ich will mich denen berichten, dass ich diesen Quest fertig gemacht habe. Dieser Quest ist vollendet. Aber ich glaube, ich muss jetzt nochmal mit ihm quatschen. Was ist das jetzt hier für ein Quest? Okay, hier oben habe ich... Hier oben habe ich nichts mehr. Die Hühnhügel. Sturmklippenturm. Äh... Kasades. Was ist das denn für ein Quest jetzt? Was habe ich jetzt für ein Quest aktiv? Aus anderen Himmeln. Beschafft Medaille der Schwüre 6. Wegpunkt Markierung. Naja gut, dann kann ich von ihm ja nochmal was aufnehmen. So, Audience beim Herzog. Nein, nicht. Ein Kult untersuchen. Kann ich mich nochmal um... Loge der Erlösung. In der Wahrheit. Most of what we know is the product such here say. They are a band of heretics. They worship the dragon. Welcome the perdition it brings. In the chaos come with the worms arrival. Their influence has grown. Ill news indeed. Pray keep watch for signs of salvation as you go about your business. If you find all, tell me. Good. I'll rest easier for it. Ja. Fahrt mir über den Elyser. Okay, das waren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch eine positive Bewertung. Wird mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, das war die Nonne wegschubsen, Mann. Nonnen schubsen, ne? Richtig guter Sport. So, ähm, nee. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Dragon's Dogma oder zu einem anderen Spiel. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch eine positive Bewertung. Wird mich auf jeden Fall freuen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.